Der LKV führt Milchleistungsprüfungen auf den Mitgliedsbetrieben durch, das seit mehr als 60 Jahren und in immer größerem Umfang. Diese Daten bilden das Grundfundament der Zuchtwertschätzung und der betrieblichen Entscheidungen der Herdenführung. Das klingt zwar sehr solide, aber auch aufwendig und ein wenig oldschool. Kann das System nicht mehr? Doch ein Beispiel für eine Innovation in den letzten Jahren ist der Betriebsvergleich. Benchmarksysteme sind in der Wirtschaft sehr beliebt, um die Performance des eigenen Unternehmens zu beurteilen. Das mit ausgewählten Kennzahlen aufgebaute System basiert auf Messungen höchster Präzision und bietet dem Herdenmanager Fakten zur Optimierung. In der Wirtschaft wird von vielen Firmen oft sehr viel Geld für ein Benchmark investiert. Mit den vom LKV erfassten Daten gibt es das Benchmark inklusive. Dokumentation ist wichtig und lästig zugleich. Nach dem Motto, wer schreibt, bleibt, dokumentiert der LKV mit seinen Mitarbeitern vieles für den Landwirt und bereitet die Informationen verständlich auf. Für die tägliche Informationssammlung bietet der LKV das Herdenmanagementprogramm NetRind an. Nicht nur das direkte Erfassen von Daten ist hiermit direkt am Tier möglich, auch alle Informationen zum Tier und der Herde sind mit dem Smartphone da verfügbar, wo sie benötigt werden. Gesehen, gedacht, erfasst, erledigt und man kann sich wieder seinen Tieren widmen. Die Daten sind dabei geschützt und gehören dem Landwirt. Betriebe, die am Gesundheitsmonitoring Rind teilnehmen, sind Profis in Sachen Tierbeobachtung und Dokumentation. Fortbildungen, Webseminare, Arbeitskreise, intensive Zusammenarbeit mit Tierärzten, Zuchtorganisationen und vielen mehr machen sie zu Pionieren für nachhaltig gesunde Kühe. Mit dem Service TU Milch kann der Herdenmanager mit Milchproben die Trächtigkeit bei Kühen feststellen lassen. Stressfrei für das Tier, kostengünstig, mit wenig Aufwand und höchster Präzision. Die Herde als Ganzes soll dem Landwirt auf Dauer wirtschaftlichen Erfolg bringen. Dabei ist jede einzelne Kuh wichtig. Eine präzise Voraussage, welchen Beitrag jedes Tier daran haben wird, zeigt der Kuhwert. Die aus vielen Faktoren berechnete Zahl unterstützt den Herdenmanager in seinen Entscheidungen mit Fakten. Die Milchleistungsprüfung bietet heute schon mehr, als der Name vermuten lässt. Sie ist Controlling, Management, Benchmark, Monitoring, verlässliche Grundlage für politische Entscheidungen, Fundament für wissenschaftliche Analysen und zukünftig noch vieles mehr. Alle Dienstleistungen rund um die Milch und die Milcherzeugung werden vom LKV nach den Grundsätzen des optimalen Service, bester Präzision und höchster Qualität angeboten. Als Non-Profit-Organisation agiert der LKV kostengünstig, neutral und unparteiisch. Die Milchleistungsprüfung Die Milchleistungsprüfung Die Milchleistungsprüfung Untertitelung des ZDF, 2020